Das Wort auf der Straße besagt, dass WME versucht, Meghan Markle dazu zu bringen, an der Beerdigung des Schauspielers Messio Perry teilzunehmen. Meghan ist verzweifelt nach Aufmerksamkeit. Tatsächlich hat es diejenigen schockiert, die normalerweise skrupellos in Bezug auf Geld und Geschäftsmöglichkeiten sind. In den Augen Hollywoods ist es ein weiterer Schandfleck für sie. Messio Perrys Leichnam wurde seiner Familie am Sonntagnachmittag übergeben, damit sie seine Beerdigung organisieren konnten, nachdem der Star letzte Nacht verstorben ist. Dies geschieht, während die Todesursache immer noch ermittelt wird, nachdem der Schauspieler aus Friends am Samstagabend bei einem offenbar ertrunkenen Vorfall im Alter von 54 Jahren gestorben ist. Seine Familie hat gesagt, dass sie zutiefst betrübt ist. In einer Erklärung schrieb die Familie, wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders. Messio brachte so viel Freude in die Welt, sowohl als Schauspieler als auch als Freund. Ihr alle bedeutetet ihm so viel, und wir schätzen die gewaltige Liebe und Unterstützung. Messio Perrys Friends-Kollegin Lisa Kudrow, die FIBE Buffet neben Messio Perrys Chandler Bing spielte, ist angeblich verwirrt über seinen Tod. Die Schauspielerin hat gesagt, dass die Gruppe Schwierigkeiten hat zu glauben, dass er gegangen ist, und sprach davon, seinen Hund zu adoptieren und an der Beerdigung zusammen mit den restlichen Cast-Mitgliedern teilzunehmen. Eine Quelle in Kudrow's Nähe sagte der Daily Mail, das scheint für sie oder irgendjemanden in der Gruppe nicht real oder gerecht zu sein, denn Messio war endlich im Einklang mit sich selbst und hatte das beste Jahr seines Lebens seit der Veröffentlichung seines Buches vor fast genau einem Jahr. Er genoss sein Leben. Er war seinen Eltern näher als je zuvor und aktiv in seiner Nüchternheit engagiert. Sie ist verwirrt darüber, was seinen Tod verursacht hat. Kudrows Kollegen Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Courtney Cox haben noch nicht kommentiert, aber Jennifer Aniston und Courtney Cox werden Meghan von der Beerdigung ihres lieben Freundes ausschließen. Warum zur Hölle sollte Meghan seine Beerdigung in Hollywood besuchen? Es spielt keine Rolle, wer. Selbst wenn sie Geld verdienen kann. Schau dir nur die Hochzeitsgäste an. Messio war nie verheiratet, aber er wurde mit vielen A-Liste-Frauen in Verbindung gebracht, darunter Julia Roberts, Valerie Bertinelli, Lizzy Kaplan und andere. Die Leute sind über Magans Verhalten schockiert, sie überlegt strategisch, mit wem sie sich anfreunden kann, Julia oder wen auch immer. In der Stunde des Todes zeigt dies ihre gravierende Irrelevanz und mangelnde Integrität. Magans Ehemann sprach von seiner Verbundenheit zu Chandler und davon, dass er bei einer Party bei Courtney Cox war, bei der er es mit magischen Pilzen übertrieb, in seiner Autobiografie. Berichten zufolge hat Meghan Jennifer Aniston mit einer Liste von Forderungen für Kildebos verärgert. Daher ist klar, dass sie nicht willkommen ist. Der Hauptpunkt ist, dass sie es übertrieben hat, dass es eine großartige Gelegenheit für sie ist, aus geschäftlicher Sicht dabei zu sein. Es werden wahrscheinlich andere geben, die es offensichtlich genauso tun, aber sie ist nicht willkommen. Experten haben gerade Magans Zukunft analysiert, nachdem sie angeblich seit 2020 nicht mehr groß rausgekommen ist. Der Kommentator Daniel Elzer äußerte sich zu allem in einem seiner ehrlichsten Artikel für News.com Australia. In diesem Artikel sprach sie über Meghan Markles Karriereverlauf und gab eine düstere Warnung ab. Dies liegt daran, dass Frau Elzer das zukünftige Schicksal der Sussex, das sich gerade entwickelt, für meilenweit von dem entfernt hält, was sie Anfang 2020 gedacht hatte, als Handdesinfektionsmittel für hypochondrische Menschen war und keiner von uns Monaco auf einer Karte finden konnte. Frau Elzer glaubt, dass sie sich inzwischen auf den Weg gemacht hätten, auf die Bühnen zu stürmen und begeisterten Applaus zu ernten und dann in Konfliktzonen wie eine vergöttlichte Diana, Prinzessin von Wils, aufzutauchen. Dann die neue Devise, Schutzwester und Leitende Social-Media-Beauftragte werden reisen. Könnte ich weiter von der Realität entfernt sein? Das fragte sie sich, bevor sie das Gespräch beendete.